Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Raft? Rift? Rooft? Rooft? Irgendwie so. Auf jeden Fall, wir sind auf einem Floß. Ich wollte schon Boot sagen. Von dem Boot ist das hier noch meilenweit entfernt. Wir sind hier auf einem Flößchen und versuchen zu überleben. Boah, blanke, 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 blanke. Und das ist gar nicht so einfach, weil uns immer ein wieser fieser Haifisch aufreißen will und uns nach und nach unser Bötchen kaputt macht. Und wir sind durstig, sehe ich gerade, wie kriege ich jetzt Wasser? Nahrung, leere Tasse herstellen. Einfacher Grill geht noch nicht. Und das mache ich jetzt mit der Tasse. Ah, okay. Also wir müssen das mit der Salzflüssigkeit einfüllen. Ah! Flüssigkeit einfüllen und jetzt trinken. Hä? Es klappt irgendwie nicht mit Trinken. Müssen wir? Ich werde schon wieder verrecken. Einfacher Grill. Portion Essen kochen, verwendet Bretter als Brennstoff. Tasse mit. Mit etwas Wasser gefüllt werden. Ja, aber das haut nicht hin. Linke Maustasse zum Trinken. Hä? Flüssigkeit einfüllen. Was? Hä? Das haut irgendwie aber nicht wirklich hin. Okay. Wir werden verrecken. Das ist schon ziemlich sicher. Weil ich habe keine Ahnung. Mist. Ich habe keine Ahnung, wie man hier trinken soll. Wäre es meine Güte. Ich meine, nur Meereswasser ist nicht so bekömmlich und lecker. Sehr gut. Einen Bauplan haben Antenne. Kann am Forschungstisch verwendet werden. Hm. Ich bin da jetzt echt überfragt. Okay, wie macht man das jetzt? Muss ich hier so einen Grill bauen? Schrott, Seile und Planken brauchen wir dafür. Ich habe wieder mal nichts. Ähm. Ja, ich habe gar nichts. Das ist sehr interessant alles zusammen. So. Jetzt würdest du bitte... Danke. Die Blanke bitte. Mann. Das Fass, das Fass. Mäh. Das ist alles... Ja. Interessant. Ich weiß, dass man eigentlich das Wasser kochen müsste. Was mache ich denn hier? Das hier. Das Wasser sollte man eigentlich schon kochen, finde ich. Ich weiß, dass ich das jetzt geschafft habe. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ah. Blätter, Blätter, Blätter. Jetzt. Sehr gut. Dann können wir wenigstens schon ein paar Seile wieder machen. Ähm. Wir bräuchten Schrott. Wo kriege ich denn jetzt Schrott bitte her? Das kann nur bei Glück sein, wenn man so ein Fass kriegt, glaube ich. Ich meine, ich weiß schon, beim Tauchen kann man sowas schon auch kriegen. Na, gute Nacht. So. Ja, damit. Einen Bauplan haben wir bekommen. Antenne nochmal. Gut. Ähm. Einmal den Bauhammer, den brauchen wir eh. Ähm. Den Holz sperren müssen wir als nächstes versuchen zu craften. Mann, Mann, Mann. Das ist echt schwer. Hätte ich nicht gedacht. Da drüben wäre ein anderes Boot, ne? Wie kriegt man denn das jetzt? Könnte man wechseln, oder wie? Ist das gemeint? Wahrscheinlich hätte ich das Spiel schon längst für mir haben wollen, dass ich es hinbekommen hätte, ähm, diesen, 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 diese Wurfanker da zu bauen, ne? Äh, äh, äh. Bist du Schrott? Ich glaube, du bist auch nur Plastik, oder? Ja. Selbstverständlich. Was können wir denn schon wieder bauen? Hm. Holz sperr geht noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen Blanke. Zack. Na, das war zu viel angezogen. Was machst du denn da? Jetzt aber. So, was haben wir bekommen? Schrott, zwei Teile. Super. Äh, ja. Für den Grill, ne? Vielleicht kann man damit das Wasser kochen. Wow. Antenne und Empfänger haben wir bekommen. Cool. Ähm, ich möchte das hier bauen. Da fehlt noch. Seilhammer, Blanke, fehlt noch was. Okay. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Kunststoff. Blanke. Komm. Ach. Blanke, 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 Blanke. Zack. Noch mehr Blanken, bitte. Da wären gleich zwei. Wenn's klappt. Eine. Gar keine. Ah. Komm her, Blanke. Komm her. Danke. Geht's jetzt, ha? Kann mir jetzt den Grill? Ja. Sehr gut. Ähm. Ich würde ihn gerne mietig hinstellen. So. Kann man denn jetzt irgendwie entfernen? Okay. Ich würde jetzt gerne noch versuchen, irgendwie Wasser zu kochen. Na, das klappt nicht. Eh klar. Komm. Mann. Jawohl. Ich hab ein Speer vergessen. Ups. Holzspeer. Geht noch nicht. Ja, dankeschön. Dankeschön. Da fehlt noch was. Okay. Mann, der ist schon am... Oh. Das ist echt mega schwer. Puh. Das ist echt mega schwierig. Aber aller Anfang ist schwer, ne? Kann ich denn schon diesen Becher hier... Ja. So, würde das jetzt klappen? Flüssigkeit einfüllen. Da bräuchte ich einen Topf oder was? Ah, einfacher Reiniger. Kann Salzwasser zu Süßwasser machen. Da haben wir's. Okay. Okay, werden wir jetzt wieder verrecken. Wären wir wahrscheinlich müssen die Welt neu starten. Wahrscheinlich nochmal. Ähm. Ich glaub, das kann ich sofort schon machen. Ich sollte lesen. Ganz einfach. Weil lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Ganz eindeutig. So. Ich werd jetzt mal... die hier essen. So. Ja, ja. Hust nur. Du bist so arm. So. Ja, ja. Du bist arm. Wissen wir alles. Mann. Nein. So. Was können wir machen? Den einfachen Reiniger, der geht noch nicht. Da brauchen wir noch Balmblätter. Eh logisch. So. Denn da hinten werd ich eh nicht kriegen. Höchstwahrscheinlich. Na. Null Chance. Boah. Ah, das Balmblatt brauche ich unbedingt. Ja. Nice, nice. So, haben wir jetzt schon genug von dem Quark. Nein. Nein, zwei Balmblätter noch. Ach, das wird, glaub ich, nichts. Ach, komm. Hä, was hab ich weggeschmissen? Halt. Dein Ernst? Man kann Sachen wegschmeißen? Ja, super. Das hab ich... Dann kann ich gar keine Chance mehr haben. Das herzustellen. Kunststoff. Echt? Dein Ernst? Mann! Ach. Hungrig, durstig, alles. Ja, jetzt verreck ich nämlich. Gar keine Chance. Okay. 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 Der Bagen, ne? Hebst du das jetzt auf? So. 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 Blanke platzieren. Hä? Ach so. Da unten. Ach so. Es kocht schon, ne? Okay. Aufgeben und wiederbeleben. Nochmal. Alles klar. Ja, das ist schon ein Wengerl. Äh. Pfuh. Ey, aber die Sachen bleiben da. Ah, das ist aber cool. Wenigstens das bleibt. Schön. Gott sei Dank. Also ist nicht alles komplett verloren. Nur ein Teil. Ein Teil. Mein Gott. Einen Platz hab ich halt keinen. Hä? Ah. Blanke. Blanke. Ich brauch Sachen, bitte. Blanke, Blanke. Ja, sehr gut. Das Fässchen werden wir eher nicht kriegen, aber hier noch eine Blanke. Sehr gut. Puh, das ist anstrengend, aber cool. Man hat hier zumindest, ähm, ich würde mal sagen, gerade mehr zu tun als... So, die blanken schön dahin. Kann man jetzt da mal was trinken? Hörst du auf? Geh weg. Geh weg. Wow. Hallo. Ich brauche bitte Sachen. Könnt ihr was vorbeischwimmen, bitte? Plastik, 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 Planken und, und Plastik. Ach, jetzt falle ich noch runter. Dein Ernst? Mann. Raus hier. Ach, das ist ein Kack. Puh. Alter. Ach. Werde ich noch gefressen? Auch noch. Nimm das jetzt. So. Und jetzt da? Mach anständig. Das eitert in Arbeit aus. Echt. Komm. Nimm. Diese Spiele. Nimm das. Ach, komm. Nimm wenigstens die Blanke mit. Danke. Ach, komm. Es fällt schon wieder Plastik. Nimm's. So. Ich brauche da, genau, Blanke. So. Ein Fässchen. Da wird jetzt wohl, das wird wohl hoffentlich klappen. Herrschaftszeiten nochmal. Danke. So. Schrott vor allem wieder bekommen. Das ist super. Aha, das geht eh noch nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist echt Arbeit. Ach. Halt, Blätter. Wow. Blätter, 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 Blätter. Jawohl. Ach, Gott sei Dank. So. Da wäre noch ein Fässchen. Ich muss ein bisschen warten. Das muss ich unbedingt haben. Kann ich was bauen? Nein. Puh. Passt. Hammer. Bitte hab was Gescheites. Auf jeden Fall mal Pläne einen Haufen. So, ich möchte jetzt diesen Becher machen. Mann, fehlt Kunststoff. Nimmst du das jetzt? Hat das? Nein. Unglaublich, oder? Das wird wieder zu kurz gewesen sein. Nein. Passt genau. Ja, das war wieder für den Hugo. Jetzt haben wir noch mehr Plastik. Sehr gut. So, jetzt den Becher herstellen. So, und jetzt da. Das Wasser. Und hier rein. Yes, es funktioniert. Können wir noch mal? Äh, was? Okay, da geht's nicht, ne? Das muss... Gott sei Dank. Gut. Ähm, nehmen. Und jetzt da. Was ist jetzt mit dem Wasser passiert? Konnte ich jetzt was trinken oder nicht? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das hat er nicht getrunken. Hä? Ich komm da nicht mit. Ah, so. Okay. Und dann, wenn's fertig ist? Was mach ich dann damit? Muss ich jetzt warten? Mit Süßwasser füllen. Und jetzt trinken. Ah. Okay, das dauert alles. Okay. Jetzt wär halt was zum Essen nicht schlecht, ne? Verdurschten tun wir jetzt derweil mal nicht, aber verhungern gleich. Schön. Dann schauen wir mal, ob in dem Fass was Leckeres drinnen ist. Nein. Und in dem Fass. Auch nicht wirklich. Ähm. Jawohl. Wir brauchen viel mehr Palmen-Geschichten. Ich bin hungry. Oh je. Ich bin hungry. Oh je. Wir trinken. Wir trinken. Wir trinken. La 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 la. Wir haben Hunger. Oh je. Oh je. Das ist schlecht. Oh weh. Oh weh. Oh je. La 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 la. Das war zu kurz. Zu kurz. Ich muss da hin. Und zwar flott. Ja. Seil. Kunststoff. Blanke. Hurra. Wuppt. Da. So. Eine Angel. Wir sollten wieder was trinken, glaube ich. Prost. So. Muss ich beim Trinken etwa länger. Ähm. Ist das besser, wenn ich da. Länger warten tue. Na nü. Na. Das passt ja so. So. Kann ich jetzt kurz die Türken nochmal? Endlich mal eine Angel basteln. Gott sei Dank. Dank. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir was fangen. Oh. Muss man da was machen? Ah. Oben bleiben wahrscheinlich. Entschuldigung. Nochmal kurz schauen. Ich hoffe, wir überleben das noch. Ah, da muss man schneller sein, wahrscheinlich. Okay, ich bin zu schlecht dafür. Ich bin zu schlecht dafür. Oh, ich werde sterben. Gesundheit ist am Arsch. Wir werden sterben. Wieder einmal. Mann. Oh, das ist lästig. Ja, ja. Ist schon so weit. Okay, und nochmal. Ähm. Okay. Ach. Mann. Kleine Fortschritte. Ganz, ganz kleine Fortschritte. Puh. Ach, Gottchen. Ganz, ganz kleine Fortschritte. Wir machen die hier gerade nicht. Dass wir ihn angeln, ist komisch. Da stand linke Maustaste, glaube ich. Dann bin ich, habe ich drauf gedrückt. Das hat nicht funktioniert. Drauf halten hat auch nicht funktioniert. Hm. Blanke. Blanke, Blanke, Blanke. Da ist Blanke. Ah. Das wird noch lange dauern, bis ich das hinkriege. Hier werden auch ein Haufen Fische. Oh, je. Ja, war klar. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Jo. Das ist richtig übel. Dankeschön. Können wir uns wenigstens das schon herstellen? Nein. Es fehlt noch Kunststoff. Plastik. Ja, kein Platz mehr, ne? Jawohl. Ich glaube, jetzt können wir uns was bauen. Na, doch. Mann. Hallo. Plastik. Schwimmt doch so genug in den Weltmeeren rum. Komm her. Ich glaube, das fass hole ich mir jetzt so. Ich bin mutig. Jawohl. Oh. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Wahnsinn. Endlich. Das ist echt... Puh. Das ist richtig mühselig, muss man ganz ehrlich sagen. Mann. Ja, komm. Schwimm vorbei. Na, super. Ach, da war ein Fässchen. So. Ich hoffe, die Blanke kriegen wir. Gott sei Dank. Das brauchen wir auch, das Blatt. Ach, natürlich kriege ich es nicht. Eh, logisch. Mann. Ey, das ist gemein. So, jetzt haben wir. Plastik. Ähm, Hammer. Seil. Geht schon. Herstellen. Passt. Hammer, Hammer. Hammer da. Boah. Ist das... Das ist schon... Puh. Puh. Das klebt mir eh nicht mehr. Das ist viel zu weit weg. So. So. Passt. Riecht das Blatt da hinten auch noch? Nein. Ah, Blatt, 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 Blatt. Und vorbei ist es. Ups. Kann ich hier was dazu bauen jetzt endlich mal? Gott sei Dank. Ach, das war schon knapp. So. So. Die Blanke werde ich auch nicht mehr kriegen für... Aber doch. Doch, doch. Hammer da. So. Die Blätter werden super. Wenigstens eines. Jawohl. Plastik. Plastik. So. Das Fässchen wäre super. Aber das Spiel ist schon lustig. Muss ich trotzdem sagen. Es ist schwer. Aber es ist auch gleichzeitig wirklich lustig. So. Bauhammer, Angel, Stein, Axt. Meine Tasse brauche ich. Die baue ich gleich mal als erstes. Da kann es schon wieder... Na nü. Hä? Was passt denn hier nicht? Ach so, weil ich was gehabt habe. Trinken. Prost. Sehr gut. Und gleich die nächste Partie. Dann werden wir auch gleich die rote Rübe verschnuspern. Ach komm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Kleine Anbaufläche. Das haben wir eh alles. Die Angel brauchen wir halt wieder. Da muss ich noch üben, mit der umzugehen. Ach, das war fail. Passt. Hier gehört da noch was hin. Auch brauchen wir jetzt sehr baldigst unseren Speer. Mann. Ich schätze das immer falsch ein, ne? Jawohl. Jawohl. Ich fische einfach mal. Yes. Komm du. Jawohl. Sehr, sehr gut. Blanke, blanke, blanke. Gut, gut, gut. Gibt's noch ein Fass? Momentan nicht. Kann ich mir die Angel bauen? Noch nicht ganz. Oh! Komm, Holzspeer. Boah, diese scheiß Planken. Die sind so mega lästig. Das hat prima hingehauen. Überhaupt nicht. So. Das Fass hätte ich gern. Mann, das war zu kurz. Nein. Jetzt ist das Fass sicher weg. Oh, Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Brauchst du dringend was zum Essen? Oh, Glück gehabt. So. Ach Gott. So, mal was zum Trinken, glaube ich. Sehr gut. So. Ui. Äh, 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 äh. Halt, halt, halt. Halt, halt. Bleibst du da? Was? Mann, was ist denn das jetzt schon wieder für ein scheiß Wellengang, ey? Pfff. So. Was ist das eigentlich? Eine Kartoffel. Die möchte ich essen. So. So, ein weiteres Mal diese komische Angel hier. Ich will nur ein Fisch haben. Yes. Ich glaube, hat das ihn gekauft? Ich glaube nicht, ne? Weil wir keinen Fischköder wahrscheinlich haben oder so ein Dreck. Oh, wohl. Einen Fisch haben wir. Boah, Glück gehabt. Einfach nur schnell sein. Ja, zwei Fisch. Ich probiere es nochmal mit einem Fisch und dann schnell auf den Grill damit. Der Part ist auch zu Ende. Super. Brauchen wir nicht. So. So. Okay. Das war für nix. So. Dann können wir... Was haben wir hier? Was ist das? Ist das ein Schuh? Kann man da was... Hä? Da kann man was reinpflanzen? Echt? Bist du schon fertig? Okay. Geht schon? Gebratenes Dingsbums-Eisen. Sehr gut. No. Supi. Und gleich wieder hin platzieren. Und hier nochmal was trinken. Und dann wird es schon werden. Super. So, damit ich es nicht vergesse. So. Und so. Fein. Wunderbar. Wir werden überleben. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.